Der Bruder sagt, wie ist das, der Unterchen zwischen Us und Es. Schau mal, Sin, Sin, Es. Beide kommen vor Zungenspitze, das Entstehungsort ist Zungenspitze. Aber bei Sin ist deine Zunge nach unten. Nach unten. Aber bei Saad, deine Zunge berührt den oberen Gaumen. Das obere Gaumen. Weil Saad, das ist Harfis Ta'la, das wird deine Zunge geht nach oben. Und das ist Atbaq, deine Zunge klebt, klebt an oberen Gaumen. Us und Sin, nicht Es. Aber beide kommen von der gleichen Stelle.